Hallo und Willkommen zurück bei Heroes of the Storm! Okay, diesmal wieder als Heiler, dann ist es vielleicht doch besser. Ach toll, wird einfach weggestoßen. Kann ja natürlich schlecht was machen. So ist das gesteckt. Guten Tag. Ich werde nur bekannten. Mach was, mach was, mach was. Ihr seid eine Inspiration, Heiler. Hä, wa? Die Signale werden aktiviert. Sie müssen sie kontrollieren. Wenn es reicht. Wir können nicht wirklich Schaden machen. Macht Schaden. Ich verspielen da mal. Aua. Ah, schlecht. Ganz schlecht. Oh, gerade noch, gerade noch überlebt. Ich bete, dass ihr dieses Mal fliegen könnt. Oh geil, beide Signale. Mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden. Ein neues Talent für meine Helden. Das darf nicht sein. Oh, der Healblock. Der Healblock von der Anna, der kam jetzt genau in den Moment, wo ich geheilt habe. Mach ich dir auch einen kaputt. Der Healblock war heftig. Weißt, da willst du dich heilen, denkst an nichts böses und hast einen Healblock drauf. Toll. Hoffnung besteht immer. Hoffnung besteht immer. Müssten vielleicht mal alle zusammen, weil sonst geht das nicht. Wohl an. Ach, sie. Mit Gebrüll. Undgemacht, Heiler. Der Frieden ist gesichert. Für eine Weile. Mit klarem Ziel. Die Reis am Aya. Hey, 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 hey. So, dann wollen wir... Oh, Mann. Also wenn man da nicht hinter den Soldaten hier steht, dann hat man mit der Kugel echt Probleme. Mit klarem Ziel. Okay, oben haben wir es zumindest. Also das ist keine ultimative Fähigkeit, dieses Ziehen. Ich werde nicht wanken, das darf nicht sein. Die trauen sich nicht, die trauen sich nicht, aber sie haben ja, obwohl wir nehmen das ja oben gleich ein wahrscheinlich. Dann müssen sie angreifen. Aua. 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 Ne, kriegst du mich nicht. Oh. Wir haben die Signale, Leute. Aua. Ich mag die Kugel nicht. Kugel des Verderbens. Toll. Ich bin wieder gefangen. Mann. Dein Typen nervt einfach nur. Das ist ja ständige Einfangen mit diesen Zombies. Oder was auch immer. Die Kugel ist viel zu stark. Oh mein Gott. Die volle Belagerungswaffe. Die Zeit brennt. Unsere Verbündeten benötigen Beistand. Wo immer ich gebraucht werde. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Tja. Hey. Hey. Wollen Sie vielleicht mal was sehen? Wir wollen eine riesige Zärtgruppe, die direkt auf uns zukommt. Ich heile natürlich nicht so viel wie Morales oder Anna. Das Problem ist halt, dass ich ständig sterbe, irgendwie. Wenn ihr seid. Nicht wirklich Glück habe. Lasst mich euch heilen. Ähm. Für den Schram. So. Dann machen wir aber die Wiederbelebung. Ist doch besser. Eine würdige Aufgabe. Den gehen wir nicht. Ja. Bringt nicht nix. Ähm. Ja. Warum sind wir eigentlich alle rauf gegangen? Stecken wir was in Brand. hahh. Wo immer ich gebraucht werde. SpH. Pff. 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 Der hat sich eh eh nicht mehr gelohnt zu retzen. Pff. Also wieder zu belieben. Pff. 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 Wir sind dort, wir sind beim Helden, beim Boss. Wir sind nicht zusammen, wir sind nicht zusammen, wir sind nicht zusammen, das ist eine blöde Idee. Das ist eine ganz blöde Idee. Toll, wir sind nicht vollzählig, obwohl bis zu dem Zeitpunkt sind wir vollzählig, theoretisch. Die ist wieder tot. So wie zum Thema vollzählig. Wir übernehmen die Kontrolle über die Signale. Wir wollen es nicht mit wütendem Zert zu tun bekommen. Gut, da steht die nächste. Ist ja cool. Die haben bald die 100% und wir haben 0%. Wir sind dann, oder wie? Die Gute stirbt. Oh Mann. Ich gebe wieder rein. Wir schaffen gar nichts hier. Also das Team ist mal wieder... Also dieses Mal bin ich echt nicht schuld. Dieses Mal bin ich... Warum ist sie nicht weg gegangen? Ich verstehe es nicht. Da kann sie doch sofort greifen. Äh. Unmöglich. Wenn du das normal machst, dann mache ich dir auch einen kaputt. Ich werde mich euch niemals beugeln. Ah, du ist aber da unten. Das heißt, es sind ich und vier Leute hier nur. Es sind nur vier Leute hier und wir schaffen es nicht. Ach, traurig. Schönes Verlieren hier. Und da sage ich nicht einmal, dass wir das noch mal gewinnen können. Das können wir nicht mehr gewinnen. Das geht nicht. 17 zu 13. Level 17 zu 13. Warum versuchen wir es noch? Angriffswellen besiegt. Leid der vorgeschriebenen Populierungsprozess für Kämpfige ein. Hilfe, bitte. Wenn es sein. Ah, wir nehmen. Du siehst schon einen vor, was? Ich verstehe. Wie wäre es mit helfen? Wie wäre es mit hier helfen? Wir werden uns nicht mehr verteidigen. Drei von uns mal wieder tot. Ah, ärgerliches Game mal wieder. Es sind jetzt drei Games hintereinander. Ah. Wir machen jetzt noch schön den Boss. Und dann ist das Spiel gegessen. Tja, die sind ja nicht dumm. Schaden ist auch eher dezent bei uns. Gut, ich mache mehr Schaden als die anderen. Alles klar. Ich glaube, die Signale werden reaktiviert. Ah, der Anlösgeschwindigkeit ist vielleicht besser. Aber die brauchen wir doch noch. Ich glaube, die Erkrankheit ist wirklich nicht mehr. Ah, warum mich? ich konnte nicht nehmen ich bin bereit wieder auf die jahr zu gehen die man gleich haben die 100 prozent haben und dann war es das ich weiß man darf eigentlich nie aufgeben aber seht ihr das mal an das ist das ist ja wirklich verloren könnte ja sein dass es das man doch noch irgendwie gewinnen doch ein wunder heroes of the wonder ja ja ich kann nicht mehr ich kann kommen nicht mehr zum heilen so sie ja das bringt es total das ja ich mein gut okay damit konnte das unterbrochen werden und wir fahren das jetzt auch aber ja das bringt sich nichts mehr da spielt man heiler ja damit man vielleicht irgendwie gewinnen kann aber nein wenn das restliche team nicht passt man mir geht das ja auf die nerven dass ich da auch ständig herum heule eigentlich es geht mir selber auf die nerven irgendwie gerade ich hasse mich gerade selber für das alles dabei versuche ich eigentlich nur das alles irgendwie naja gleichgültig aufzunehmen gelassener aufzunehmen besser gesagt einfach so ja ist halt so verliert man halt ist halt so gut aber was halt so ist die folge ist vorbei und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten folge wieder ein paar gibt es noch dann wird wahrscheinlich heroes of the storm wieder beendet wahrscheinlich nicht fix aber wahrscheinlich also genießt noch diese aktuellen brand aktuellen folgen einen schönen tag noch bis bis zum nächsten mal euer kreffikerra tschüss